Ohlala, herzlich willkommen meine lieben Freunde zu Let's Play, Chrono Cross und wie eventuell in meinem, ja sehr lubhaften Axon, Axon Mon Ami, feststellen könntet, wisst ihr mit wem ich mich heute auf die Pirsch begebe, nachdem ich den alten Speicherstand, den ich hier zuletzt im Terminal gemacht habe, geladen habe. Unser aller Lieblingscharakter, der lila Strumpfhosenmann. Ich mache mich bald auf den Weg, diesen General Vipere zu sehen. Ich örtete es ein Platz unter den vier Devos der Akazier Targunsfrei. Solch eine Stellung ist perfekt für eine so brillante Schwertgeselle wie mich. Ein graciler Stoß meines Schwertes, sie werden mich sicher als Ehrengast salutieren, willkommen heißen. Habe ich aber meine wettvolle Medaille verloren, ein Symbol des Eldentums. Ohne die wird man mich am Tor bestimmt zurückweisen. Sacré bleu, was soll ich noch tun, einen anderen Akzent zu legen. Okay, das hatten wir glaube ich schon mal, aber wir übergeben ihm jetzt die Heldenmedaille. Oui, Monsieur, das ist meine Medaille. Merci, merci, danke. Ah lala, was für ein Schätzchen du bist. Serge hat die Heldenmedaille an Pierre abgegeben. Yay, nun kann ich endlich Richtung Vipere-Anwesend aufbrechen. Sollen wir ihn jetzt nochmal anreden? Dann sagt er, ich bestehe darauf, nehmisch, was, bestehe darauf, nehmisch, wenn ihr an den Toren des Vipere-Anwesends ruft. Was, nehmisch? Nein, das habe ich hier übersetzt. Egal. Ähm, wir sollen ihn an den Toren des Vipere-Anwesends rufen. Natürlich hätte ich keine Probleme, aber er könnte nützlich sein. Dornen wie ihr seid nützlich, um Rosen ihren Charme zu verleihen. Na nun, kommt mit mir. Okay, let's go. Yay, ein Charakter, der ja noch schlimmer ist als Pochul. Keine Ahnung, mir wurde mal gesagt, oder, ja, ich habe mal gelesen, ist, ähm, ich tausche jetzt Lina leider aus. Lina, nein, ich will nicht. Nein! Ah, schönen Ding, Pierre. Pierre, mon amour, darf ich mich vielleicht bewegen? Ähm, nun folgt mir zum Anwesen von Vipere, meine treuen Anengel. Äh, es gibt Hero Equipment in diesem Spiel, ähnlich, naja, gab's, ne, Crucure gab's, nicht so wirklich Hero Equipment. Äh, jedenfalls, es gibt in diesem Spiel Hero Equipment, ich glaube ein Hero Schwert, Hero Quest, äh, nein, das war was anderes. Äh, eine Hero Strumpfhose, oder, nein, ein Hero Schild, eine Hero Rüstung, ich habe keine Ahnung. Äh, ich weiß von einem Hero Schild. So, und diese Hero, ich weiß nicht, diese Ausrüstung, diese Hero Rüstung soll aus Pierre einen einigermaßen akzeptablen Charakter zusammenbauen, zusammenbasteln, was auch immer. So, ich werde mich jetzt hier vor die Tore des Vipere Anwesens begeben, äh, Pierre ist ähnlich wie Niki auch ein blauer Charakter, ich werde mich um die Allokation der Elemente kümmeren. Und dann sehe ich euch gleich wieder hier vor den Toren des Vipere Anwesens. Okay, da bin ich mal gespannt, ob sie uns mit dem Held in Strumpfrosen hereinlasse. Na, Hallamarsch, duftada, duftada, komm, jetzt lass uns mal rein da. Ja, jo, ho, dort drüben, Monsieur Soldatenmann. Moi, bin hier ergekommen, um die Aufnahme bei den Dragoons zu erbieten. Öffnet die Tore, mon frère. Ta, ta, ta. Wie sie sich gegenseitig angucken, wie sie machen. Hm, meint ihr das ernst? Hm, nö. Wir brauchen keine Straßenartisten. Jetzt schleicht euch heimwärts. No, 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 moa ist ein Eld. Ähm, Besprechungspause. Ah la la, sie sagte no. Selbst meine Eldermedaille hat nicht geholfen. Wer hättest du ihm mal zeigen sollen? Ah la la. Was sollen wir tun? Wir können nicht einfach reinstürmen. Oder können wir doch? Leeroy Denkens. Hey, Baby, yeah. Uff, 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 Spadada, komm schon. Äh, meinst du das ernst? Ähm, sammeln? Ui. Macht auf und lasst uns durch. Du hast darum gebeten. Legt euch nicht mit den Akazier-Durguns an. Komm schon. Vor Boss-Time. Gegen die extravagante Soldatengare, die uns vorher nicht reingelassen hat, ersprechen wir die Sprache, die jeder versteht. Mit mächtiger Angriff Nummer 1, mächtiger Angriff Nummer 2, mächtiger Angriff wird unterbrochen für Gegenangriff Nummer 1. Verdammt. Sie haben natürlich... Moment. 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 Ähm, nein, ach. Ich möchte auf... Ah, ich möchte auf Kit wechseln. Kit, ich brauche dich. Ich habe mich jetzt eigentlich angegriffen. Ich hoffe, dich nicht, weil ich jetzt meinen, ähm, meinen Dings... Oh, oh, er ist ziemlich angegriffen. Ich hoffe, er überlebt das hier noch. Nein! Fuck! Ähm, scheiße. Ich wollte eigentlich was klauen. Okay. Pierre, mon Pierre. Er hat eine geile Brut, der... Lelouch, äh, Lampe Rouge. Ähm, ich muss gerade das Stamina von Kit wieder aufladen. Das ist gut, dass du... Daneben gehauen. Ah, Kit ist jetzt wieder dran. Äh, nein. Angriff abbrechen. Wechseln auf Kit. In der Hoffnung, dass er das jetzt besser überlebt. Ich meine, besser überlebt. Gut. Ähm, dann jetzt klauen. Clown, 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 clown. Nämlich, wenn das Sergeantes sind, dürften wir ihnen Kupfer... Was war das? Kupfer oder Kupfer? Bronzehelm. Äh, Kupfer, nein. Bronze, natürlich Bronze. Ah, komm, hier, schöner Mann. Möglich für uns. Ähm, ja, Schaden. Selbst mit Stahlwaffe. Schaden nicht vorhanden, sozusagen. Pierre ist scheiße. Pierre ist scheiße ohne Ende. Ich habe auch keine Ahnung, ob sich das das Helden-Equipment verbessert. Ich habe ihn nie großartig benutzt. Aber wir haben den Bosskampf. Wir machen Wunde. Wieder mit... Ich glaube irgendwie, dass die, äh, Level-Games irgendwie four-ordained sind. Also... Oh, sogar zweifach Kupfer bekommen. Ja, wenn man Kupfer haben will, dann kann man das über diesen Weg ganz gut hinkriegen, glaube ich. Okay, der Weg ist frei. Ich werde auch nochmal ganz kurz in meine Allokationen reinsteigen. Bis gleich. Ich kann übrigens kein Französisch. Für den Fall, dass sich irgendjemand vielleicht denkt, dass dieses stylische Torch stylisch aussieht. Das macht Viper doch alle Ehre. Nein, Französisch nie gelernt. Also deswegen, wenn ich irgendwas falsch ausspreche, ich kann nichts besser dafür. Äh, was ist es? Oh mein Gott. Jemand hat aufs Tor aufgeschüttelt. Ihr seid... Search! Ihr könnt nicht im Ernst-Erst durch das Fronttor kommen. Wir werden euch ordentlich durchschütteln und unsere Revanche bekommen. For Boss-Time! Gegen unser Lieblings-Duo. Salt and Pepper. Mal sehen, dieses Mal... Die nerven diese Typen. Denken, sie könnten durchs Fronttor stürmen. Dieses Mal schütteln wir sie so, wie sie es verdienen. Ich stimme stimmlich zu. Heute haben wir Hälften einer Hälften Hand hergebracht. Er ist stark. Er ist gemein. Und er ist wirklich, wirklich groß. Zeig ihnen, was du drauf hast. Ich sagte, was du drauf hast. Jo. Ho. Ketchup. Komm raus, komm raus, wo immer du bist. Tomate. Ah. 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 Es tut mir leid, ich muss gleich mal erklären, warum ich gerade so lachen muss. Oh. Seht ihr? Oh je, oh je. Wir sind jetzt... Sind wir jetzt nicht stark? Dieses Mal werden wir euch sicher schlagen. Was für ein männlicher Mann? So. So. Er scheint glücklich zu sein. Vielleicht. Ja, das ist der... Ja, das ist der Kampfgeist. Zeig uns, was du kannst. Ups, das war der Falsche. Ähm. Los. Los, Ketchup. Probiere deine Spezial-Karate-Catch-Op bei Ihnen aus. Tomate. Er scheint ziemlich aufgekratzt. Vielleicht. Und jetzt können wir endlich angreifen. Und das tun wir bei ihm. Ich möchte kurz anmerken, wir können nicht wiederbeleben. Aber sie aus irgendeinem Grund schon. Warum sie uns heilen? Keine Ahnung. Upsi. Hey. Was zum Teufel machst du da? Warum hast du sie geheilt? Äh. 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 Ich dachte, wir alle sehen nicht, wie beheftigt heftig Ketchup drauf ist, wenn sie so erschöpft sind. Äh. Äh. Sind deine Prioritäten noch ausgerichtet? Macht das denn Sinn von allem nicht zunichte? Mach das doch mal und du bist ein durchgeschütteltes totes Fleisch, Sold. Sooo. Sooo. Er scheint er schön. Äh. Erzöhn. Vielleicht. Okay. Time for richtigen Boss-Fight-Kampf. Whatever. Okay. Pierre weicht aus. Pierre. Das ist gut. So. Noch einmal schön auf Ketchup drauf. Wir bleiben in diesem Fall auf Ketchup. Es ist nicht so, dass wir wie im Falle von, ähm, von dem anderen Sold- und äh, Pepper-Kampf, den wir mit Niki absolviert haben, dass wir zuerst einen von denen, umbratzen müssten hier, meine ich, können sie, oh mein Gott, das ist tatsächlich Mont-Pierre, ähm, das hier, Moment, den habe ich jetzt auch attackiert, Moment, ich blick da manchmal nicht so ganz durch. Ah, so, der ist immer derjenige, der, der, der da ist. So, ja, schön, bitte, bitte lass Surge in Ruhe, ja, Surge muss ich jetzt gleich, fürchte ich dann doch mal heilen, ähm, ich riskiere es nochmal mit einem von diesen, die hatte ich, oh nein, bitte, lass Surge in Ruhe, ah ja, immer auf, auf ihn, auf ihn, auf mal auf ihn, es ist jetzt riskant, es ist echt riskant, er hat auch eine Level-3-Technik, mal, mal sehen, was sie kann, auch wenn ich eigentlich lieber Surge hätte heilen sollen, sind übrigens alle innate gelb, meine, äh, Feinde, die ich hier gerade bekämpfe, ähm, ja, seine Level-3-Technik, er heilt, er heilt, er heilt sich, er heilt nur sich, er heilt nur sich für einen enormsten Kleinbetrag, ähm, äh, verdammt, wo bin ich denn jetzt hier gerade, das sieht nicht gut aus, wir könnten jetzt durchgeschüttelt werden, hey, Ketchup, warum schüttelst du nicht, ähm, nun, tu irgendwas, Tomate, was machst du da, ähm, ach ja, der Grund, weswegen ich eben so lachen musste, äh, Ketchup, scheiße, ja, scheiße, ich hätte doch Surge heilen sollen, weil das wird er nicht überleben, ähm, oder auf wen ging das gerade, es ging doch gerade auf alle, ja, es ging auf alle, genau deswegen, nein, nur Surge hat was abgekriegt, scheiße, egal, jedenfalls macht Ketchup seine eigenen Teamkameraden platt und, äh, ja, was soll's, was soll's, jetzt machen wir ihn eben platt, scheiße, okay, ich muss dann vielleicht doch mal defenden, weil ich dadurch, dass Surges, ähm, Angriff abgebrochen wurde, ist es so, Moment, was soll ich jetzt sagen, dass Surge-Angriff abgebrochen wurde, konnten die anderen keine Stamina regenerieren und deswegen bin ich jetzt gerade ein wenig aufgeschnappt oder ein bisschen, ja, blöd dazwischen, sag ich jetzt mal, überhaupt nicht mal, äh, Pierre ist so ein nutzloser kleiner Blödmann, es tut mir leid, ich mag ihn nicht, jedenfalls der Grund, weswegen, oh, er hat sogar getroffen, Wahnsinn, und es ist vollbracht, der Grund, weswegen ich vorhin lachen musste, jetzt das erste Mal mein Ketchup angreift, haut er irgendeinen zufälligen Typen aus der Gruppe tot, weil er so viel Schaden macht, so einen Schaden macht er, wie man gesehen hat, im Nachhinein nicht mehr, aber er hat zweimal hintereinander verfehlt, das ist mir während meiner Test, äh, Kämpfe hier nicht passiert, dass er zweimal verfehlt hat, er haut anscheinend so oft zu, dass er, ähm, wie heißt es, bis so lange, bis er trifft, äh, irgendwo ein bisschen unglaublich, haha, okay, wir haben Salt und Pepper erledigt, also, gehen wir weiter rein. Entschuldige, aber wir sollten, äh, nicht, äh, sollten wir vielleicht besser bis am Ruch der Nacht warten? Tsch, yeah, Uff, Spannter, vermutlich. Ja, genau, wir rennen durchs Haupttor, wir kämpfen lautstark gegen eine Wächtertruppe, dann kämpfen wir noch lautstärker wegen Tomate, ähm, gegen Ketchup, Salt und Pepper, und das soll keiner bemerken, noch dazu gibt's hier keinen Schichtwechsel oder sowas, natürlich, wir bleiben bis nachts hier am Tor stehen, niemand bemerkt es, und dann müssen wir hier natürlich einfallen. Upsi, ähm, das war jetzt nicht, als das angedacht, als das es angedacht ist, ich schneid den Kampf raus. Ich hätte während meines Test-Trans keine Stahlwaffen im Gepäck gehabt, deswegen hatte ich wahrscheinlich nicht damit gerechnet, so dermaßen früh schon, ja, die Super-Special-Attack-Angriffs-Variante von Ketchup, oder Ketchup, äh, zu Trigger. Okay, damit sind wir auch jetzt mit, ähm, Pierre an diesem Punkt angekommen, und ich werde es dabei belassen. Ich werde hier speichern, und dann werde ich einfach vergessen, dass Pierre existiert, und nie wieder etwas mit diesem Speicherstand machen. So, Moment, hier ein Speicherstand, und beim nächsten Mal geht es dann mit dem Letzten im Bunde los, mit Sonic Boom! Moment, ich habe gerade geladen, oder? Nein! Wird Final Messenger 13 es dieses Mal vielleicht schaffen, zu speichern statt zu laden? Das erfahren wir. Jetzt. 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 Und? Tomate! Oh, mein Gott. Okay. Doch was wird uns mit Sonic Boom geil auf seinen Weg wiederfahren? Das erfahren wir beim nächsten Mal von Let's Play Chrono Cross. Und vergesst nicht, aufs Brot kommt Tomate! Ha!